bevor ich mich auch nicht mehr an machen oder was? ich hab's einfach nicht gelesen tap for stats one shot killed 105 mal echt geschossen? Achso, ich hab einfach so ungewollert wahrscheinlich könnte ich mich selbst auch killen in diesem Fleischwolf wo ist denn die Hütte jetzt, oder? also ich gehe davon aus, dass ich das könnte ich glaube, Bromini heilen, muss hier unten hin so, Mister naja, wir müssen uns dins 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 pfff, so so ich muss da schocken 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 das Kito ist vielleicht OH SHIT haha okay 18 oh, die hat er richtig zerlegt was ist denn das? Das ist Skeletthunde oder sowas? ja ich komm ja irgendwie gar nicht bis da wo ist er? wo ist er? wo ist er? wo 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 Ich bin der Rest, ich bin Was ist da? Oh, shit Ich bin der Neuer Wo ist er? Oh Gott Jumpscare New weapon in the barn Ja, wenn das mal stimmen würde So, alles was ich benutzen soll, benutze ich nie Wann mal, was hat er gesagt? So, die kann ich durch die Gegend schleudern Stats, guck mal reingucken One shot killed, zehn Stück, ja gut, die waren jetzt auch nicht so schwer Success rate, echt in 55 Prozent Da oben Hier Okay, nur sieben Schuss, aber das Ding Soll er hoffentlich richtig reingeschneien Ah, danke für das Was ist los? Ja, überhaupt Alles klar Tomorrow is a day you're not gonna wanna miss And I think it might be a good day to use that grinder Ah, this grinder, wie mache ich das? So, ich könnte doch rein kloppen da New pick up at the grinder Ich probiere wie granaten, aber ich weiß gar nicht wie ich den benutze, ähm Oh, ich kann das noch nicht hier Das kann natürlich auch sein Das kann sein, dass ich das hier noch nicht benutzen kann 40 Gegner hatten Ich versuche mal irgendwie in diesen grinder zu kommen Oder zum grinder meine ich Wuhuuu Alter Explosiv Munition Das ist doch nicht normal, Junge Achso, der zieht die automatisch an Und Jesus Also einfach näher hier am Fleischhof war Ist ja krasse Sache Alter, ist ja krasse Sache, Junge Die Waffe ist ja krass Du musst ja nie nachladen Aber die Woche ist Rachetag Ja, usa Der war nie an, das war das Problem Warte mal, da müsste das ja hinten ins Wurst raus kommen Nee, leider kommt hier gar nichts raus. Das wäre natürlich... Was ist das? Shoot the glowing button. Ach, hätte ich das gewusst? Aber wie benutze ich diese Granate? Schade, dass ich das noch nicht rausgefunden habe. Hm, naja, ich denke, brauchst du nicht. Erstmal. So, Mr. Farmer. Siebter Tag. Ich werde wahrscheinlich mit. Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? So, ich nehme wieder die, die nehmen uns einfach zu geil. Weil hier steht immer Q ist Wachen wechseln, aber passiert überhaupt nichts. Scheiße. Guckt man hier sowieso durch. Ich nehme rüber. Oh, komm, 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 komm. Und mal, komm mal, komm. Das ist doch nicht normal. Wup 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 Diesmal ist es schwieriger über das Anbieter Oh da waren auch alle Du hast die Pickup Grenade Aber wie benutze ich die? Ach man ey, wenn der eins hier durchdruckt Ah! Auf die Nummern Tasten drücken, okay, wo ist meinst jetzt hin? Hier Whoa! Haha! Ja, es ist in der Hier Pschöuuuuu Man diesen, oh no Kom Hat der noch ein Geräusch gemacht? Hab ich hier unlimitierte Granaten oder was? Nee Sacka die Boom Gut Das Vieh ist geröstet Das ist zum Arscher geworden Das ist der Hammer Das ist der Hammer Das ist der Hammer Das ist der Hammer So Ich will dich nicht schrauben, aber ich denke, dass die Dinge etwas schwer werden auf dich Und nicht zu kreieren Das ist okay, Mann Oh, Alter Wie der Sabata oder rappt sich hier seine Gabel Ich glaube, ich nehme wieder die ... Oh, 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 oh was ist das für ein dreck wie die sind ja richtig die meisten schweine sind ja richtig scheiße wieso ist dieser verkackte mitgrinder nicht an scheiße das nächste Pissvieh Hier war gerade auch noch eins Jetzt ist es an, da muss erstmal irgendwie Eingeweide reinfliegen Da müssen Eingeweide erstmal reinfliegen Bevor das Ding losgeht Oh Fatality Ok eins ist noch da Was liegt da? Was liegt da? So ab zum Farmer Müsste ich jetzt eigentlich gar nicht machen So wieder keine neue Waffe hier, sei blöd Get ready to rumble Hey wie viel muss ich jetzt hier eigentlich machen? Ich hab gar keine Ahnung welche 10, 12, 50, keine Ahnung Okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020